Wo denn? Ah ja, geht noch. Geht noch. Das ist ja wirklich krass, Alter. Ich war schon gut da vorbekommen, hab ich das Gefühl. Wie der Wii-Man, Alter. Und hier hast du auch einen. Wer ist hart? Zeig mal. Ich schwitze extrem. Wer ist hart? Stopp. Stopp, stopp, stopp. Da. Wo ist denn der Staub? Ja, vorne. Du hast geschwitzt. Aber wie, ey. Schlaft das nicht. Ja, dann mach doch alles zu.